Wie wählt man die richtige Nähmaschine aus? Wenn Sie Spaß am Nähen haben und mit allen Arten von Stoffen arbeiten möchten, sollte Ihre neue Nähmaschine die folgenden Merkmale und Spezifikationen haben. Die Nähmaschine muss über einen Hochleistungsmotor mit 70 Watt oder mehr verfügen, mit dem Sie problemlos dicke und dichte Stoffe nähen und bequem in Quill- und Patchwork-Techniken arbeiten können. Wählen Sie eine Nähmaschine, die über elastische, Overlock und vorzugsweise dekorative Nähstiche verfügt, die sich im weiteren Betrieb auf jeden Fall als nützlich erweisen werden. Bitte beachten Sie, dass die Stoffvorschubschiene sechs oder mehr Segmente hat, die einen besseren Vorschub von Stoffen mit verschiedenen Strukturen und Dichten ermöglichen. Und um die Nähmaschine perfekt auf jeden Stoff einzustellen, nutzt man in der Regel den Nähfußdruckregler am Stoff. Und die Hauptzuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit der Werkseinstellungen wird durch den internen Metallrahmen gewährleistet, welcher auf jeden Fall bei Ihrer Nähmaschine sein sollte.